hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge ich mache weiter mit den challenges nein challenges und da werden wir mal schauen was ich als nächstes mache und zwar blubber ich habe es ist das ist nicht super easy dankeschön okay okay nein okay ja was weiß so was haben wir hier erstmal nichts gut ihr könnt ja schworen schwören ist hier so was können wir gut gebrauchen eigentlich habe ich echt nette items zu beginn natürlich werden ein paar bomben upgrades toll aber wir wollen ja uns hier jetzt nicht beschweren so hat geklappt timing war gut awesome so 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 schön aber mit der ruhe wir wollen hier kein keine komischen dinge machen so war die das gar nicht dass irgendwie es läuft so gut gerade ok ok da war der erste fehler der erste fehler hier ist nix gut ist hier was nein und hier nö was ist hier unten ja ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher wie es aussieht mit bomben upgrades in in räumen nein was wollte ich hier die hallo ja dankeschön bleiben sie ruhig also devil deals ja da gibt es ja die alt das eine bomben upgrade danke schön ja wir werden mal gucken ja damit gibt es hier bomben upgrade nee aber das ist nämlich mit und jetzt nehmen wir uns restock mit vielleicht finden wir ja noch irgendwo unglaublich viel benutzen ich glaube nicht aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht darauf geachtet wie viel game jetzt gekostet hat nicht 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 ich nicht ich nicht klar man kann das auch so regeln sehr gut weiter geht's gibt mir das die uhr wäre ja dumm ja da habe ich ja zack 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 wow ja lass uns mal ein paar ja okay 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 ja tears down ist jetzt gar nicht mal so schlimm aber dann kann es auch weitergehen noch kein bombenupgrade ist hier bombastisch danke gimpi lord gimpson gimpowino gut geht nicht wie das weiß ich nicht egal das ist interessant doch sehr interessant hier die sonne gut ich möchte noch gerne in den shop okay deathless already ja dankeschön das wollen die mich den ganze zeit mit hier active items abspeisen und das gut habe nichts gedacht dankeschön komm geht mal kippmann bomben gibt mal was nein 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 ich kann mal eben gucken ob ihr vielleicht was rauskommt okay ein cent ausgesagt ja gut weiter weiter schwing 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 wo muss ich hin ist es normaler satan schwing ja ne so was haben wir hier tot tot ne 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 nö 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 klappt auch nie nicht gut nein das könnte ich mir das könnte ich mir können wir uns das hier auch noch gönnen der ist hier komm her gut ey das war das war doofes timing sowas bist du ich weiß nicht wie ich es gemacht habe aber ich habe es gemacht alles andere ist egal schlüssel natürlich ich brauche unbedingt noch mehr schlüssel hp up okay alles cool alles cool alles cool gott dankeschön schnellere tiers rate natürlich ich bin ich bin speed up schlüssel 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 So, jetzt Bombenupgrade Bombenupgrade Ja, jetzt hätte ich noch nachgucken können, ob was in den Ecken versteckt ist Ja, wann habe ich da... Ne, schade Hallo Ne Dann darf es jetzt weiter gehen Yeah Du 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 Äh, warum? Habe ich da was nicht gesehen? Weil er Blut auf den Boden? Oh, wart Naja Das passiert, halt Passiert den Bess So, geh weg. Ja. Und nochmal. Ausgezeichnet. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Hierophant. Na klar. Gerne, gerne. Ach, so. Au, au. Nee, du musst falsche Richtung. Hallo. So. Ja, cool. Du bist so dumm. Ja. Ja. Hallo. Ich kann einfach mal beides mitnehmen. Ist nämlich völlig wumpe, weil ich die jetzt bald wieder kriege. Dann kann es weitergehen. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja, hallo. Hey. Hallo. Hallo. Danke, Gimpy. Oh, Gimpy. Gimpy hört sich schon ausbezahlt. Ladadie und ladada. Oh, dann nervt ihr schon mal nicht mehr so. Oh, okay. So. nein wäre einer selbstmord aber das war es schon das fast glaube ich gleich schon ist hier ein bisschen bowing und er die opfer kann naja ja okay okay cool wieso laufen eigentlich nicht einfach durch fällt mir gerade so auf so anscheinend geht das geil reicht das ja und damit haben wir wieder einmal die goldene bombe freigeschaltet ausgezeichnet und damit sage ich danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal und ciao